Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag und es ist wieder Videozeit. Ich habe mich wieder ein bisschen mit Epoxidharz ausgetobt. Eigentlich ist es ja meistens immer das gleiche, aber auf jeden Fall möchte ich noch mal darauf hinweisen. Bitte unbedingt Handschuhe tragen, lest euch genau die Anleitung vom Epoxidharz durch, tragt eine Maske und bei mir jetzt beim Epoxidharz ist es eine Mischung von 1 zu 1 und es gibt aber eben auch 2 zu 1 und und und. Also wie gesagt, dort unbedingt genau hinschauen. Dann bei MIME ist es so, wenn ich es jetzt erstmal nur rein abwiege, dann ist es sehr transparent und wenn man dann anfängt umzurühren, wird es so ein bisschen schlierig, milchig und das muss, wenn ihr richtig rührt und damit es auch wirklich gut werden kann, muss es auch wieder transparent werden. Also dementsprechend achtet da bitte ganz gut auch drauf und wie gesagt, Handschuhe sind sehr, sehr wichtig. Schaut, dass ihr da euch gut schützt, auch mit einer Maske und dementsprechend, es sollte auch ein Raum sein, wo ihr sonst nicht weiter seid, damit es gut durchhärten kann. Epoxidharz ist einfach eine chemische Reaktion und dadurch muss man da gut aufpassen. Ich habe so im Schnitt, rühre ich meistens so 4 bis 5 Minuten, aber wie gesagt, die Zeit ist für mich gar nicht relevant, sondern ich schaue mir an, wie das aussieht. Das hier seht ihr jetzt übrigens leicht, na mietig würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber ich habe leider zu hektisch gerührt damals und habe also dementsprechend ganz viele kleine Luftblasen da drin. Auch die, die bekommt ihr zum Beispiel ganz gut raus mit einem Feuerzeug und das macht sich ganz gut, aber auch da immer, gut mit Kindern macht man Epoxidharz sowieso nicht, aber wie gesagt, auch da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, aber damit bekommt man es ganz gut weg. Ja, diesmal habe ich so ein bisschen mit blauen Glitzer gearbeitet. Ich hatte bisher immer, wenn ich den blauen Glitzer oder generell Glitzer ins Epoxidharz mit Pigmenten gemacht habe, ist dieser Glitzer immer so ein bisschen untergegangen und dadurch habe ich jetzt einfach mal nur den Glitzer genommen und habe mich dann auch so ein bisschen mit Alkohol-Ingfarm eben dann rangemacht, gerade auch was Buchstaben angeht. Also ich nehme dann den Rest von meinem Epoxidharz und habe dann ein paar Buchstaben gegossen und Alkohol-Ingfarm hatte ich bisher noch nicht. Bisher hatte ich jetzt nur immer diese Untersetzer und da ist einfach viel, viel mehr Platz zum Reintropfen der Alkohol-Ingfarm und dementsprechend ist das natürlich dann so ein bisschen schwieriger, wenn man dann bloß so eine kleine Fläche von dem Buchstaben hat. Aber wie gesagt, die Alkohol-Ingfarm sind eine unglaublich tolle Art, bestimmte Sachen zu kreieren und habe mich hier also mal wieder ausgetobt, weil ich den Effekt so schön finde. Darüber kommt dann jeweils immer noch das weiße Piñata, weil es einfach schwerer ist, diesen Effekt dadurch halt auch fördert und ihr werdet sehen, was ich meine. Der Effekt ist einfach toll und wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es gerne aus. Ansonsten kauft euch das irgendwie irgendwo. Es gibt ganz viele, die da einen Shop haben und dementsprechend das auch zum Verkauf anbieten. Ich mache es nicht. Ich mache es wirklich bloß für mich, just for fun. und ähnlicher wie mit dem YouTube-Kanal. Ich mache es für mich einfach und genau. Ja, hier habe ich jetzt, wie gesagt, dann mit den Alkohol-Ingfarm, ich hatte es jetzt woanders immer gesehen, dass da durchgemischt wird. Das habe ich jetzt dementsprechend auch einfach mal ausprobiert. Wie sieht es bei mir aus? Wie funktioniert mein Epoxidat zum Beispiel? Da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Varianten. Und genau. Und dann war ich soweit auch fertig. Ich habe also dann den Rest gehabt und habe dann angefangen, die Buchstaben zu gießen. Und wie gesagt, Buchstaben sind für mich immer wieder noch eine Herausforderung, einfach weil da einfach ganz andere Platzmöglichkeiten sind. Und habe dann eben auch festgestellt, dass ich mir, glaube ich, jetzt dann doch mal eine neue Silikonform zulegen sollte, weil ich merke, dass die es jetzt ein bisschen nachlässt. Und genau. Aber hier bei dem C habe ich jetzt dann doch noch mal das mit den Alkohol-Ingfarm reingemacht und habe mich da so ein bisschen eben ausgetobt, wie es denn wirkt, wenn man das in dieser kleinen Buchstaben-Förmchen macht. Während ich hier tropfe, kann ich ja noch mal sagen, wie gesagt, den YouTube-Kanal mache ich einfach aus dem Hobby heraus. Es ist durch Zufall so ein bisschen entstanden und habe mich auch letztens ein Video hochgeladen, wo ich mich so ein bisschen vorgestellt habe, also wer die Stimme dahinter ist. und dementsprechend, falls ihr da Interesse habt, guckt gerne da mal rein. Das ist noch nicht so lange her jetzt. Und ansonsten freue ich mich immer wieder über Kommentare, über einen Daumen nach oben oder eben halt auch einfach, dass ihr euch die Videos anschaut und danke euch dafür sehr. Ich freue mich auch über ein Abonnenten dazu. Wir sind jetzt bei fast 300, noch nicht komplett. Wir sind, aber wir sind kurz davor und ich freue mich schon sehr darauf, dass dann 300 Menschen meine Videos zumindest Interesse daran haben. Die Videos gucken nicht alle, immer jedes Video, das weiß ich und mache ich bei manchen YouTubern auch nicht, auch wenn ich ihn abonniert habe. Es gibt einfach Sachen, die interessieren einen dann nicht und wie gesagt, ich freue mich aber unabhängig davon und es werden immer mehr und es wird auch immer mehr geschaut. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür. Ja, und jetzt seht ihr auch schon gleich das Ergebnis. Ich habe ein bisschen dusselig irgendwie zum Teil drüber gegossen. Das war jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was an dem Tag los war, aber was soll's, es ist so. So, und hier seht ihr meine kleinen Ergebnisse. Habe sie zum Teil schon ausgepackt gehabt, weil ich unheimlich gespannt war, wie es jetzt ausschaut. Zum Teil mit den Silber- und Goldfarben, also den alkoholigen Farben, finde ich, ist das immer relativ schwierig. Aber ansonsten, finde ich, ist das Ergebnis echt schön geworden und dieser Petrischalen-Effekt ist da wirklich echt schön auch bei dem Buchstaben geworden. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber wie gesagt, echt schön. Bei dem T habe ich dann festgestellt, super, hast du vergessen, was reinzumachen. Ist also ein komplett transparenter geworden. Das C habe ich wahrscheinlich gefühlt schon hundertmal in rosa oder pink gemacht, weil eine Freundin alles in rosa haben möchte oder beziehungsweise rosa unheimlich gerne mag. Und ja, so sieht diese Mischtechnik jetzt aus. Ich fand das Ergebnis der Sache gar nicht so schlecht und fand es dann, dass ich da so ein bisschen mal was Neues hatte. Und hier ist es so ein bisschen das Weiße geploppt, also war jetzt nicht ganz so schön, aber was soll's. Ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich komme jetzt die nächsten Tage auch mal wieder dazu, was anderes Neues zu machen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und bis bald! Ich hoffe, ich habe noch einen beendet gegebenen. Danke. 창